Die Handhabung ist sehr einfach, sehr transparent für den Käufer. Er sieht immer, wo der Preis steht. Wenn er ein Angebot abgibt, muss er die entsprechenden Dokumente aufladen, was nachträglich die Bearbeitung mit dem Notar vereinfacht. Man hat alle Dokumente schon und kann das Mail, das Dave nachher herausgibt, direkt dem Notar schicken. Die grössten Vorteile für Dave sind sicher, dass man die optimale Preisfindung hat. Das, was der Markt hergibt, das ist zum einen sehr gut für den Verkäufer und natürlich auch für den Makler, dass man den besten Preis für eine Liegeschaft erzielt hat.